Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit als Wirtschaftsstandort nimmt immer weiter ab. Gründe dafür zu viel Bürokratie, hohe Energiekosten, Arbeitskräftemangel und sinkende Innovationsbereitschaft. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz ruft das neue Deutschland-Tempo aus. Wo es funktioniert und wo noch nicht, das zeigen wir jetzt. Mit Stolz spricht Bundeskanzler Scholz vom New German Speed. Mit einem ganz neuen Deutschland-Tempo ist hier schnell alles fertig geworden. Und meint damit die rasche Realisierung der beiden LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Rundsbüttel. Vom neuen Deutschland-Tempo ist die Rede, wenn es um die schnelle Umsetzung der ersten deutschen LNG-Terminals geht. Die deutsche Bundesregierung setzt auf Geschwindigkeit, um sich rasch unabhängig vom russischen Gas zu machen. Und tatsächlich, das Tempo bei der Planungs- und Bauzeit machen die Eröffnung der ersten Terminals nach nur knapp zehn Monaten möglich. Terminals in Wilhelmshaven, Lubmin und Rundsbüttel sind bereits in Betrieb. Sechs schwimmende Terminals sollen gegen Ende 2023 deutschlandweit in Betrieb sein. Für New German Speed gibt es auch Bedarf, zum Beispiel bei der Digitalisierung. So war es zwischen 2017 und 2022 geplant, 575 Behördengänge online zugänglich zu machen. Geworden sind es 105. Auch bei der Energieversorgung, deren Absicherung, bei der Forschung zur industriellen Nutzung der Kernfusion würde New German Speed sehr gut tun. Beim Besuch des Impfstoffherstellers BioNTech in Marburg Anfang Februar verspricht Bundeskanzler Scholz auch in anderen Bereichen, das neue Deutschland-Tempo auszurufen. BioNTech investiert dafür rund 40 Millionen Euro in neue Anlagen. Sie sollen die Herstellung wichtiger Bausteine für mRNA-basierte Medikamente vorantreiben. Aber wir brauchen auch gerade, wenn es um medizinischen Fortschritt geht, Rahmenbedingungen, die es schnell möglich machen, Forschung durchzuführen, mit Patientinnen und Patienten zu arbeiten, Daten zu nutzen. Und das Versprechen habe ich hier auch abgegeben, das neue Deutschland-Tempo, das wir haben und jetzt vorgelegt haben, als es darum ging, wie schaffen wir das in 200 Tagen Pipelines zu bauen und Terminals an den norddeutschen Küsten zu errichten. Dieses Deutschland-Tempo soll auch dann gelten, wenn es um den Wissenschaftsstandort, den Forschungsstandort, den Medizinproduktionsstandort Deutschland geht. Der neue Länderindex Familienunternehmen in einer Analyse der gleichnamigen Stiftung zeigt, die Deutsche Bundesrepublik rutscht von Platz 14 auf den 18. Platz von insgesamt 21 Ländern ab. Laut Experten sehen die Prognosen auch für die Zukunft nicht gut aus. Und vor allem zur Absicherung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, bei der Deregulierung, bei der Senkung der Steuern, bei der Entbürokratisierung wäre sehr viel New German Speed notwendig.